Hallo nochmal! Nun sprechen wir von weiteren Vorteilen, die man mit einem Stand oder Kiosk bei Flush City am Freizeitsee in St. Lorenzen im Mürztal hat und wenn Sie ein Geschäft im Bereich Bruck, Leoben oder Mürzzuschlag haben oder besitzen. Die Vorteile werden Sie begeistern, also aufgepasst! Wenn Sie das Video über die Straßenverkäufer in Flush City noch nicht gesehen haben, dann machen Sie das jetzt bitte, weil es die Grundlage für diesen Teil bildet. Einer der größten Vorteile, wenn man einen Kiosk in Flush City hat, ist neben guten Verkäufen auch das Drumherum. Es wird für Sie das lebendigste und attraktivste Schaufenster nach draußen sein. Dieser Kiosk in Flush City wird wahrscheinlich günstiger sein als ein Schaufenster oder eine anständige Bannergröße. Leute, die Sie in Flush City sehen und vielleicht oder vielleicht auch nicht heute von Ihnen kaufen, werden Sie und Ihren Laden aber im Gedächtnis behalten. Wegen der ungewöhnlichen, aber angenehmen Lage und Wochen oder sogar Monate später wird sich der Kunde, wenn er etwas braucht, an Sie zurückerinnern. Oder er kommt zufällig in Ihrem Laden einfach vorbei und das ist wirklich unbezahlbar. Aber es gibt noch mehr, viel mehr. Denken Sie daran, dass Sie mit Ihrem Kiosk in Flush City dann geöffnet haben können, wenn alle anderen schon geschlossen sind. Am Wochenende und den zusätzlichen Öffnungszeiten am Abend. Die Leute werden in ihrer freien Zeit in Flush City einkaufen wollen und Entspannung suchen. Sie wissen, dass eine entspannte Urlaubsstimmung Kunden zum Kauf anregt, richtig? Das kennt man von sich ja selbst auch und ist statistisch bewiesen. Die Leute behalten, wenn sie in einer entspannten Atmosphäre sind, jede Promotion länger im Gedächtnis. Viel mehr als Werbung im Fernsehen oder wenn sie an einem Banner vorbeifahren oder durch die Stadt flanieren und sogar besser als der Couponflyer aus dem Briefkasten. Und außerdem sitzt das Geld viel lockerer, wenn sie in einer unterhaltsamen Umgebung sind. Es ist unwahrscheinlich, dass man einen entspannteren und unterhaltsameren Ort als unseren in der gesamten Obersteiermark findet. Und schon gar nicht ganzjährig geöffnet, wenn die Konkurrenz bereits schläft oder über schlechte Wirtschaftsnachrichten im TV grübelt. Das war es aber immer noch nicht mit den zusätzlichen Vorteilen. Flush City hat ein anspruchsvolles und innovatives Social Media und Internetmarketing, das sie, den Verkäufer, mit ihren Käufern verbindet. Nicht nur mit all den Leuten, die von ihnen direkt kaufen, sondern mit jedem, der Flush City am Freizeitsee besucht. Wir haben viele Fotomotive und veranstalten Wettbewerbe, an denen fast alle Besucher teilnehmen und ihre Bilder auf Facebook hochladen. So sammeln wir auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen von nahezu allen Besuchern. Wenn Sie einen Kiosk bei uns betreiben, geben wir Ihnen eine Webseite, die von allen Flush City-Besuchern gern genutzt wird, wegen der Promotion-Aktionen und um Fotos zu teilen. Wussten Sie, dass jeder Mensch auf Facebook über 100 Freunde hat? Und wussten Sie, dass wenn eine Person eine Nachricht an seine Freunde sendet, dass der Prozentsatz jener Leute, die ihre Anzeige suchen, unendlich größer ist als jene Werbung, die sie woanders kriegen können? Mit unserem Marketingprogramm, wovon Sie automatisch mit der Anmietung eines Kiosks profitieren, können Sie jederzeit Ihre Produkte oder Services bewerben, wenn Sie möchten. Wollen Sie das? Das war eine kleine Fangfrage. Natürlich wollen Sie das! Ja, diese revolutionäre Technik wird und das mit voller Erlaubnis des Kunden Daten erfassen, die Sie zur Vermarktung nutzen können. Der Wert allein dadurch ist weit, weit über dem, was ein Stand oder Kiosk in Flush City kostet. Und dann verkaufen Sie ja auch noch Ihre Produkte und machen Gewinn. Und vergessen Sie nicht das lebendige Schaufensterphänomen, das wir besprochen haben. Alle oben genannten Vorteile können mit verschiedenen Sponsorenprogrammen erweitert werden. Diese Erweiterungen können einen Stand, Kiosk oder ein Display beinhalten, müssen es aber nicht. Finden Sie mehr über das Programm heraus im Videobereich über Sponsoren. Das Sponsorenprogramm ist maßgeschneidert für jede einzelne Firma, ob groß oder klein oder riesig. Dieses Programm gibt Ihnen 10 bis 15 Jahre Werbung Vorsprung. Sie werden es lieben!